Musik Ich finde es einfach großartig, dass wir diese 15 Jahre Hospizstiftung feiern dürfen. Und ich darf sagen, wenn es die Stiftung nicht gäbe, müsste man sie gründen. Dass wir dann auch noch heute den ersten bayerischen Hospizpreis oder Preise vergeben dürfen, das finde ich einfach rundet das Ganze richtig schön ab und freut mich sehr. Musik Der Preis, das ist für uns wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Das freut uns ungeheuerlich, weil man sieht, dass die Arbeit eben auch wahrgenommen wird und geschätzt wird außerhalb unserer eigentlichen Arbeit. Und das war für uns eine große Überraschung, große Freude und natürlich ein großer Ansporn. Musik Ich fand es großartig, wie viele tolle Menschen hier waren, die sich engagieren in den Bereich Hospiz und Palliativcare. Und gleichzeitig eben auch hier in Nürnberg im Alten Rathaus. Das hat natürlich auch immer ein sehr schönes Ambiente. Musik Hospizarbeit ist so wichtig, weil sie zeigt, dass Sterbebegleitung etwas mit der Würde jedes einzelnen Menschen zu tun hat und weil sie in einer Zeit, in der aktive Sterbehilfe, Tötung auch verlangen, gefordert werden, eine Alternative darstellt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020